Christian Postbeschiel, an alter Wirkungsstätte 0 zu 1 verloren, ganz unglücklich vielleicht vom Zeitpunkt her in der 88. Minute, aber im Endeffekt unterm Strich bleibt nur eine Chance für die Fortuna, dein Pfostenschuss. Reicht das einfach heute nicht mit 50% hier aufzutreten in dieser Liga? Ja, also man muss wirklich sagen, von unseren jetzt vier Spielen war das ist unser schwächstes Spiel und dann tut man am Ende halt dann so ein Ding kassieren. Wie gesagt, wir müssen einfach engagierter wieder auftreten, auf irgendeinem Reichspieler das alles wieder gut machen. War es nur die Hitze heute oder woran hat es gelegen, dass einfach zu wenig Torgefahr von euch kam? Nee, an der Hitze lag das nicht. Die andere Mannschaft hat auch mit der Hitze zu kämpfen. Das ist schwer zu sagen, da kommen viele Sachen zusammen, wenn man vielleicht dann bei den zweiten Wellen zu spät ist, ein Schritt immer mal zu spät ist, dann kommt sowas zusammen und dann kriegen die anderen einen Lauf und dann ist es schwer zu spät.